Die SmartFlow ist einmal eine neue Generation von Solaranlagen. Wir sehen sie als das erste smarte Solarsystem, wo im Grunde eine komplette Funktionalität in einem Produkt abgebildet ist, um für den Endkunden die maximale Wirtschaftlichkeit bei eigener Stromerzeugung zu schaffen. Mein Ansatz war, etwas völlig Neues im Photovoltaikbereich, im Solarbereich zu schaffen. Es ging klar um das Konzept einer All-in-One-Lösung. Alles in die ganze Solartechnologie in ein System zu bringen. Mit diesen zwei Partnern zusammensitzend bei einem Glas Wein ist das ganze Konzept und so wie heute die SmartFlow aussieht auf einer Servette entstanden. Grundsätzlich ist Greentech ja nicht dafür bekannt, dass es mit Design korreliert. Wie schon ein Unterstützer von SmartFlow einmal gesagt hat, Arnold Schwarzenegger, Greentech muss auch sexy sein. So hat das sicherlich auch eine Rolle gespielt. Wir wollen ganz klar mit der SmartFlow ein Zeichen setzen, um die Welt zu verbessern. Die SmartFlow produziert so viel Strom in unseren Breitengraden, dass es für einen durchschnittlichen drei, vier Mann Haushalt reicht. Einmalig ist sicherlich einmal, dass alles in dem Produkt integriert ist und im Gegensatz zu einer klassischen Systemlösung am Dach, die aus Einzelkomponenten besteht, wenn der SmartFlow alles findet und schon der passende Strom von dem System rauskommt. Die SmartFlow ist ein Teil der Familie. Die SmartFlow ist smart im Bereich Energiegewinnung und die SmartFlow ist einfach schön.